Ja, also wie ihr es im Titel gesehen habt, es ist kein Clickbait oder sowas, es stimmt halt wirklich. Ich werde den Kanal hier schließen. Warum das so ist, erzähle ich alles in diesem Video. Das wird alles noch erläutert und wie es jetzt vorangehen wird für mich. Ich würde einfach mal sagen, bleibt auf jeden Fall dran, ich erkläre das jetzt alles. So, und das fing alles ungefähr vor, ja, vier oder drei Monaten an. Ungefähr dann, als ich das letzte Video gepostet habe. Und zwar war das so, dass ich ab und zu keinen Zugriff auf meinen Kanal hatte. Hat natürlich nicht nur auf den Kanal Auswirkungen gehabt. Auf meine Daten vom AdSense wurde natürlich auch dann auch zugegriffen. Und ich habe mich immer wieder neu abgemeldet und angemeldet und immer neu versucht. Aber es hat nie richtig funktioniert, dass ich kompletten Zugriff auf meinen Kanal hatte. Und natürlich auch auf die AdSense Daten. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig, die AdSense Daten, sondern eher auf meinen Kanal. Ich habe mich natürlich auch mit YouTube dann auch zusammengetan sozusagen. Und habe versucht, meinen Kanal wiederzubekommen. Das wurde dann erst nach einer längeren Zeit möglich, dass es alles geklappt hat. Und wie ihr seht, ich kann jetzt wieder auf meinen Kanal zugreifen. Und in der Zeit, wo ich keinen Zugriff auf meinen Kanal hatte, hatte ich halt echt lange Zeit, um nachzudenken. Und zu überlegen, so, ja, ey, Kiran, wie geht das jetzt weiter? Und da ich über längere Zeit keine Videos hochgeladen habe, sind natürlich auch ein paar Abonnenten verloren gegangen. Was halt nicht so extrem schlimm ist. Das ist halt normal, wenn jemand inaktiv ist und nichts postet, dann natürlich deabonniert man. Es sei denn, man feiert halt die Person komplett. Ja, und in der Zeit auch, wo ich halt keinen Zugriff hatte, hatte ich natürlich auch die Benachrichtigung bekommen über meine E-Mail-Adresse von Kommentaren unter Videos. Und da waren halt auch echt viele Hate-Kommentare und auch so relativ böse Kommentare so über mich. Und ich konnte natürlich auch nicht antworten, weil ich, wie gesagt, keinen Zugriff auf meinen Kanal hatte. Ja, hat mich natürlich auch deswegen auch ein bisschen geärgert. Durch diese Möglichkeit, also durch dieses blöde Geschehen, das ich gehackt wurde, habe ich mir halt echt Gedanken gemacht. Und ich dachte mir dann einfach, ich möchte einen kompletten Neuanfang. Das heißt nicht, dass dieser Kanal gelöscht wird. Die ganzen Videos auf dem Kanal, die werden natürlich auch alle bleiben. Aber ich werde keine Videos mehr auf diesem Kanal hochladen. Ja, wie gesagt, zu dem neuen Kanal. Der ist jetzt auf jeden Fall jetzt online. Und auch jetzt gerade ist ein Video auf dem Kanal hochgekommen. Also, falls ihr Bock habt, das Video abzuchecken oder auch mich zu abonnieren, würde mich echt mega freuen. Geht einfach in die Videobeschreibung. Da ist auf jeden Fall mein Kanal verlinkt, mein neuer. Und dort werden Daily Vlogs hochgeladen. Also hauptsächlich nur Vlogs. Ich bin jetzt komplett von Street Comedy draußen. Street Comedy haben zwar fast die meisten Klicks bei mir gemacht und die Abonnenten. Aber es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich habe das schon ein paar Mal erklärt in meinen Instagram-Stories. Falls ihr mir da nicht folgt, einmal. Ne, ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, das soll es jetzt mit diesem Kanal hier auf jeden Fall sein. Ein Neustart für mich wäre natürlich auch viel besser. Dann habe ich wieder komplett Zugriff auf meinem ganzen Kanal. Ich habe keine Lust, dass es dann wieder passiert, wenn ich dann zum Beispiel mehr Abonnenten habe, als ich jetzt haben sollte. Auf meinem jetzigen Kanal, auf dem Kanal hier. Und dann auf einmal es wieder gehackt wird, weil jemand sich die Daten gemerkt hat oder so. Oder was auch immer. Es ist ja auch irgendwie ganz blöd passiert. Habe ich keine Lust, dass der wieder gehackt wird. Deswegen habe ich einen komplett neuen Kanal erstellt und baller da jetzt Videos. Also, für die Leute, die bis jetzt noch schauen, schaut einfach mal bei meinem neuen Kanal ab. Würde mich echt mega freuen. Ich würde sagen, das ist auch ein guter Jahresvorsatz für 2019. Ich will euch jetzt keine schlechte Laune oder so deswegen verbringen. Also, checkt einfach mal meinen neuen Kanal ab. Lasst gerne ein Abo da, würde mich echt mega freuen. Wie gesagt, Daily Vlogs. Ich mache kranken Shit. Ihr müsst es unbedingt abchecken. Also Leute, das war es mit dem letzten Video von diesem Kanal. Haut rein. All�atz. Untertitelung des ZDF, 2020